ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf dem kanal von adam motors neben mir seht das hier schon stehen der neue maverick air und sieht komplett anders aus wie im letzten video wir haben einiges dran umgebaut und das zeige ich euch heute mal so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir fangen wie immer ganz klassisch vorne an. Der Kunde hier wollte einen Rammschutz haben. Bei den Rammschutzarten bei Merrick Air gibt es genau zwei Möglichkeiten. Einmal dieser, der sich praktisch über die komplette Fahrzeugfront hinweg streckt, auch die Scheinwerfer sehr gut mit einpackt und eine etwas kleinere Variante. Das Bild dazu füge ich euch natürlich einmal ein. Bei dem Kunden hier haben wir den Großen verbaut, macht das Ganze natürlich auch aggressiv, bullig. Krasses Auftreten finde ich persönlich. Weiter unten befindet sich hier einmal die Seilwinde. Vorteil beim neuen Merrick Air ist, wir müssen nicht zwangsweise einen Rammschutz verbauen für eine Seilwinde. Bedeutet, wir hätten auch einfach die Seilwinde verbauen können, den Rammschutz hätten wir weglassen können oder andersrum natürlich auch bei den Merrick Air Modellen, sprich bei den X3, RS oder RC beispielsweise. Bei der RC haben wir ja serienmäßig schon die Seilwinde verbaut. Aber auch die RC hat einen Rammschutz, denn da wird die Seilwinde in den Rammschutz integriert bzw. verschraubt. Das ist beim neuen Merrick Air eben nicht mehr der Fall. Natürlich wollen wir den Merrick Air auch auf der Straße bewegen. Das Ganze bei den Internationalmodellen funktioniert natürlich nur mit einer LOF-Zulassung oder auch mit einem LOF-Umbau. Keine Angst, auch dieses Fahrzeug haben wir auf die Straße bekommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es sich schon zugelassen befindet. Der Kunde möchte das Fahrzeug natürlich auch morgen abholen, bringt dementsprechend auch die Kennzeichen mit. Wir haben hier ganz klein, unscheinbar versteckt einmal die Blinker, Standlichter haben wir natürlich hier oben, Abblendlicht, Fernlicht, natürlich serienmäßig verbaut. Zum Thema Licht finde ich persönlich sehr geil hier in der Hood, in der Hutze einmal das sogenannte Hood Light. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, es ist alles intelligent, alles über den Smart Control schaltbar, aber dazu zeige ich euch im Innenraum mehr. Damit wir auch bei jedem Wetter fahren können, vor allem wenn es mal regnet, haben wir hier eine Windschutzscheibe verbaut, das Ganze aus Polycarbonat, natürlich beschichtet mit einem Wischer inklusive Spritzfunktion. Selbstverständlich, Spritzfunktion ist auch ein sehr gutes Thema, finde ich. Ich sage es immer wieder, weil das Fahrzeug mich eigentlich so sehr begeistert und auch die Technik dahinter, allein schon was das Zubehör anbetrifft, alles schön versteckt. Beim Merrick RR, sprich bei der RS beispielsweise, saß ja der Frischwasserbehälter für die Spritzanlage hier vorne zwischen den Stoßdämpfern. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben hier auf der Fahrerseite eine Klappe, genauso wie auf der Beifahrerseite, wo der Tank sich befindet. Und hier seht ihr auch schon das Symbol für Spritzwasser, sprich ihr füllt hier rein, der Frischwassertank oder der Spritzwassertank sitzt einmal im Fußraum vom Fahrer und rechts daneben habt ihr auch gesehen einmal die Fernbedienung für die Seilwinde. Jetzt haben wir hier an den Spiegeln ein Kabel weggehen. Jetzt sind keine elektrisch verstellbaren Spiegel, so weit sind wir hier noch nicht. Aber wir haben auch hier, ihr seht, eine integrierte, intelligente Beleuchtung. Natürlich auch alles über den Smart Control schaltbar. Wie gesagt, das zeige ich euch im Innenraum nochmal, genauso wie die Dachleuchte. Natürlich auch Smart Control, alles in diesem Fahrzeug ist eigentlich sehr, sehr einfach zu bedienen und natürlich extrem auf den Kunden abgestimmt. Hinter dieser Abdeckung befindet sich nicht der Frischwasserbehälter, sondern ganz gewohnt, wie auch bei den X3, hier einmal der Tankstutzen mit ca. 40 Liter Tankvolumen. Die Tür hier serienmäßig unten zu, finde ich persönlich auch sehr gut, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, 90% von den X3, die wir umgebaut haben, hatten die unteren Türpaneele, weil es einfach dazugehört. Wenn ihr Offroad unterwegs seid oder auch mal Straße fahrt, wenn es ein bisschen nass ist, die Räder oder die freistehenden Räder vor allem, die schmeißen so viel Wasser, Dreck, Sand etc. in den Fußraum rein, auf euch. Ihr seht immer aus wie Sau, also mit Anzug fahren ist hier definitiv nicht möglich. Vorteil hier eben beim Air, sie haben gleich geschlossene Türen gemacht und vor allem auch einen Türgriff von außen. Bei den X3-Rädern konnte man den Deluxe-Türgriff hier außen nachrüsten, hat mir persönlich jetzt nicht unbedingt so gut gefallen. Hier vorne beim Merrick Air, schön klein, schnucklig integriert, passt sehr gut zum Fahrzeug, rundet das Ganze auch sehr gut ab. Hier oben, ganz klar, das Dach beim Merrick Air serienmäßig und jetzt haben wir hier oben so eine kleine Hutze, ein Scoop nennt sich das. Der sorgt einfach dafür, dass der Motor auch ausreichend mit Frischluft versorgt wird. Warum machen wir das Ganze? Ihr wisst ja, oder ihr wisst bestimmt, hier saugt der Merrick Air serienmäßig seine Luft an. Das ist jetzt mittlerweile zu, weil einfach der Scoop angebaut wurde. Er kann ja da keine Luft mehr ansaugen, wenn eine Windschutzscheibe verbaut ist. Die nimmt einem ja praktisch alles komplett weg. Deswegen haben wir jetzt hier praktisch die Luftführung, die einmal über das Dach und hinten dann schlussendlich in die serienmäßig originale Luftansaugung reingeht. Ihr seht es, hier kommt es vom Dach und geht dann praktisch direkt auf den Kühler bzw. zur Luftansaugung. Hier sieht man das Ganze auch nochmal schön mit der 50 Jahre Edition oder dass keinem eben 50 Jahre alt ist und dem Merrick das Ganze auch nochmal ein bisschen verleitet mit dem Farbkonzept und eben auch hier die große 50 stehen hat. Auch hinten am Heck haben wir das Fahrzeug natürlich für die Straße umgebaut. Deswegen haben wir hier oben auch ganz klein und fein die gleichen Blinker wie eben auch an der Vorderseite des Fahrzeugs. Die Standlicht-Bremslicht-Kombination ist natürlich serienmäßig. Eine 7-Pol-Steckdose haben wir natürlich auch verbaut, genauso wie eine Nebelschlussleuchte, Kennzeichenhalter mit Kennzeichenleuchte. Leider können wir da das Quad-Kennzeichen nicht mehr benutzen, sondern müssen eben auf ein einseiliges, langes PKW-Kennzeichen ausweichen. Anhängerkupplung selbstverständlich auch, denn wir haben ja hier ein LOF-Fahrzeug. Ein RAM-Schutz haben wir hier hinten auch verbaut, vom gleichen Design, sage ich jetzt mal, wie auch der an der Vorderachse. Der Kunde wollte das Ganze hinten auch ein bisschen, ja, nicht langweilig, sage ich jetzt mal, wie man unscheinbar oder wie unscheinbar zu erkennen ist. Unterhalb vom BRP-Zeichen auch nochmal hier die Rückfahrkamera, weil das Fahrzeug hier ist tatsächlich dank seiner Größe einfach sehr unübersichtlich. Vor allem, wenn wir die Fahrzeuge bekommen und aus der Kiste rausfahren in die Werkstatt, hat die Fahrzeuge ja nicht mal Spiegel. Und da sind wir schon sehr, sehr dankbar, dass das Fahrzeug serienmäßig eine Rückfahrkamera ausgestattet hat. Wir haben hier oben auch ähnlich wie bei den X3-Modellen einen schwenkbaren Link-Q-Träger. Ihr wisst es ja, oder mit Sicherheit habt ihr das ein oder andere Video von uns schon gesehen, wo wir den vorgestellt haben. Wir hatten da links und rechts eine Link-Q-Verriegelung, die haben wir öffnen müssen und das Ganze dann einmal nach oben klappen. Finde ich persönlich hier sehr geil gelöst. Wenn wir da von hinten mal reingucken, sehen wir nämlich, dass sich genau hier, wo meine Hand befindet, zentral ein Hebel sitzt. Den können wir einfach ziehen und dann können wir das Ganze nach oben fahren. So, und dann sitzt das ganze Teil oben. Hier unten noch eine kleine Verstau-Box, natürlich auch von Link-Q, wo wir dementsprechend dann auch das eine oder andere mitnehmen können. Gerade wenn wir mal Offroad fahren, passt da das eine oder andere rein. Werkzeug, Ersatzriemen, beziehungsweise Ersatzriemen brauchen wir hier gar nicht mehr. Wir haben ja hier dank dem Getriebe, dem neuen Getriebe, dem DCT-Getriebe, 7-Gang-Automatik-Getriebe, brauchen wir ja gar kein Variomatik-Riemen mehr. Hat natürlich auch den Riesenvorteil, dass wir im Gelände, gerade weil der Riemen gerissen ist, dementsprechend auch nie mehr stehen bleiben können. Auf der Beifahrerseite hier, fangen wir einfach mal an, befindet sich hier ein Smartphone-Halter. Es werden sich einige fragen, vielleicht, ja, toll, für den Fahrer hat es ja überhaupt gar keinen Nutzen. Man muss aber auch dazu sagen, der Fahrer sollte sich aufs Fahren konzentrieren und nicht auf das, was da hier angezeigt wird. Aber wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze anzustellen und dann haben wir hier dementsprechend auch die Möglichkeit, da drauf zu schauen, ob Tablet, Handy, etc. Funktioniert hier auch über ein Magnet, der praktisch an euer Handy geklebt wird. Hier sitzt die Konterplatte praktisch und hier könnt ihr das dann einfach hinwerfen und das hebt auf jeden Fall bombensicher. Das ist das gleiche Magnetsystem wie auch bei der Handyhalterung, bei den G3L-Modellen. Und ich habe das selber schon ausgetestet, habe selber mein Handy da dran gemacht mit dem Magnet und bin auch mal ein bisschen Offroad gefahren und ich habe mein Handy immer noch, also sonst könnten wir das heute auch nicht filmen. Dann steht hier auch einmal Push, da können wir einmal draufdrücken, befindet sich dann auch dementsprechend das kleine, aber feine Handschuhfach, wo sich dann auch hier dementsprechend auch diese Magnete befinden und auch die Fernbedienung für die Seilwinde. Hier haben wir ein großes Touch-Display, das können wir einmal anschalten und ihr müsst euch das wirklich mal ganz genau angucken. Das ist sehr, sehr geil gemacht von Canem. Wenn wir das Ganze starten, wie das Ganze hier hochfährt, finde ich persönlich sehr geil. Da schreibt jetzt, ja, Vorsicht, weil das Fahrzeug einfach noch neu ist, natürlich nicht auf den Kunden angepasst. Hier 10 Kilometer sind wir gefahren, müssen natürlich auch dementsprechend eine Probefahrt machen und so sieht das ganze Interface dann aus, wenn ihr das Fahrzeug dann schlussendlich startet beziehungsweise auch das Display wählen wollt. Für, dass ihr es ein bisschen besser seht, haben wir jetzt hier einmal den Dark Mode reingemacht. Wir können das Ganze natürlich auch einmal in hell, eben Dark Mode, dunkel oder das Ganze automatisch. Hier drin ist er jetzt dementsprechend auch dunkel im Fahrzeug, deswegen setzt er das Ganze eben auch auf dunkel. Ansonsten haben wir hier unten eigentlich schon die wichtigsten Dinge. So Bluetooth, natürlich können wir das Ganze mit unserem Handy verbinden, die Lautstärke und natürlich auch die Uhrzeit. Den Tacho können wir hier auch einmal dementsprechend groß ziehen. Hier rechts die Drehzahl, links die Kmh-Anzeige. Was interessant ist, der Tacho hier geht tatsächlich bis 200. Also wir können hier auch dementsprechend wesentlich schneller fahren wie mit den X3-Modellen. Ansonsten klarer Telefon, Kamera etc. So fern wir eben das Ganze mit unserem Handy verbunden haben. Was jetzt interessant ist, ist einmal hier die Bedienelemente und hier seht ihr praktisch alles, was elektronisch an dem Fahrzeug verbaut ist. Einmal hier eben über den Button Bedienelemente, wo wir dann dementsprechend auch hier, wie gesagt, einmal das haben, was am Fahrzeug verbaut ist. Und wir haben hier unten einmal ein Multi-Control-Center, wo dementsprechend auch die farblich hinterlegten oder die beleuchteten, wo wir dann eben dementsprechend auch das elektronische Zubehör schalten können, was eben auch verbaut ist. Wenn wir uns hier zum Beispiel einmal anklicken, haben wir hier praktisch die dementsprechend die Hoodlight. Einmal hier bedeutet praktisch niedrige Stufe. Wenn der Kreis komplett geschlossen ist, ist praktisch das volle Licht da. Wenn er kreist, haben wir das Ganze eben hier auf dieser automatischen Stufe, wo er dann schlussendlich auch erkennt, hell-dunkel, brauche ich mehr Licht, brauche ich weniger. Und eben auch in Kurvenfahrsituationen, dass er das Licht einmal nach links, nach rechts neigt. Nicht neigt, sondern halt eben entsprechend auch die verschiedenen LEDs anmacht. Nochmal draufdrücken, wäre dann schlussendlich aus. Was es auch noch für einen Knopf gibt, wenn ich jetzt hier beispielsweise mal alles beleuchtungstechnisch anschalte, im vorderen Segment, was wir hier so verbaut haben. Und dann steht hier einmal All Off. Dann drücke ich hier einmal drauf. Das ist der einzige Schalter, was dann logischerweise noch beleuchtet ist mit dem Ring. Und der schaltet praktisch einmal alle Beleuchtungen im vorderen Segment, jetzt in dem Fall, aus. Wenn ich hier nochmal draufdrücke, macht er dementsprechend alles wieder an. Und ich kann es natürlich hier auch über das Interface hier ganz klar schalten, wenn mir das zu nervig, zu blöd ist, hier unten. Oder wenn ich eben diese Kontrolleeinheit nicht verbaut habe, kann ich es dementsprechend auch hier bedienen. Auch den Wischer zum Beispiel eben mit dem Intervallwischen, wo wir dann dementsprechend hier auch wieder ausschalten können. Oder eben auch die Lichter an den Spiegeln etc. Also alles hier über das Interface schaltbar. Unter dem Startknopf befindet sich einmal noch eine Schaltereinheit für die dementsprechende Fahrzeugeinstellung. Einmal den Engine Mode, sprich den Motormodus, wo ich dementsprechend einfach wählen kann, wie aggressiv meine Gasannahme ist, wie sportlich will ich denn fahren und vor allem auch bei diesem Modell mit wie viel Leerlaufdrehzahl startet denn das Fahrzeug. Im Sport Plus Modus hebt er das Ganze natürlich nochmal an, um dass ich nochmal wesentlich zügiger auch losschießen kann, auf gut Deutsch gesagt. Rechts daneben befindet sich einmal der Knopf für das Smart Shox Fahrwerk. Wir haben hier wie gesagt ein Smart Shox Modell, deswegen auch den Merrick R in gelb und nicht in schwarz. Da sieht man auch immer sehr gut der schwarze Triple Black kein elektronisches Fahrwerk, der gelbe hat eben elektronisches Fahrwerk und nur diese beiden Modelle gibt es aktuell. Da kann ich wählen zwischen Sport Plus, Sport und Komfort, sprich wie hart oder wie verzeihbar sage ich jetzt mal, ist denn das Fahrwerk. Auf Komfort ist natürlich ideal fürs Gelände, hier kann das Fahrwerk sehr smooth arbeiten, ihr gleitet schön über die Baumstämme beispielsweise drüber. Im Sport Modus das Ganze schon eher ein bisschen Go-Kart Feeling und Sport Plus Modus mein idealer Favorit für die Straße, weil hier ist das Fahrzeug wirklich sehr, sehr steif. Drive Mode kann ich das Ganze einfach nochmal einstellen, Motor, Getriebe, wie ähnlich bei einem PKW, Custom Mode, dann kann ich das Ganze selber einstellen und entscheiden, Normal, Sport und eben auch Sport Plus. Das Lenkrad hier, ihr kennt es, DPS Einheit, sprich die Servolenkung, natürlich auch hier dreistufig einstellbar, wie man es eben von keinem gewohnt ist. Minimal, Medium oder eben auch Maximal bei dem Knopf mit den vier Reifen drauf, können wir hier einmal den Allrad Modus schalten, das ganze Zweirad, sprich Heckantrieb, 4x4 Trail Mode oder eben 4x4 Trail Active. Das bezieht sich auf das Vorderrad Differential, wie stark soll denn das Ganze sperren. Wir können es aber auch dementsprechend noch manuell sperren und dann ist es definitiv zu. Das war es auch leider schon wieder mit dem Vorstellungsvideo über den Umbau des neuen Merrick R, natürlich 24er Modell, Smart Shocks Edition. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, einmal den Kanal abonnieren, das Video liken und kommentieren. Ihr wisst in Sicherheit, wie es geht. Folgt uns auf Facebook, Instagram und TikTok unter Adam Motors GmbH. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.